Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Eine Gruppe nicht-behinderter Kinder spielt am Spielplatz. Eines dieser Kinder sieht an der Ecke des Spielplatzes einen behinderten Jungen. Er denkt sich, er geht hin und fragt ihn, ob er mitspielen möchte. Also, Maschine los, sagt Hallo, möchtest du mit uns Fußball spielen? Worauf der behinderte Junge meint. Ja, würde ich total gern, aber ich habe keine Beine. Ich kann nicht Fußball spielen. Worauf der nicht-behinderte Junge sagt. Ok, gut, das ist blöd, aber da drüben gibt es einen Basketballplatz. Magst du das probieren? Der behinderte Junge wieder. Naja, würde ich schon gern, aber ich habe keine Arme. Ok, jetzt ist der nicht-behinderte Junge schon ziemlich verzweifelt, aber dann kommt der Geistesblitz. Ok, weißt du was, ich habe zuhause einen riesigen Fernseher und jede Menge DVDs. Magst du mitkommen und wir schauen uns zum Filmen? Sagt der Junge. Ja, das ist eigentlich schon eine gute Idee, aber ich bin blind, ich sehe gar nichts. Ok, jetzt ist der nicht-behinderte Junge schon wirklich sehr fertig. Da kommt ihm die Idee und er sagt, ok, weißt du was, dann singen wir einfach gemeinsam. Und der behinderte Junge sagt, ja, coole Idee. Und er legt sofort los. Schön ist es auf der Welt zu sein. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn ihr auch der Meinung seid, es ist schön auf der Welt zu sein, dann erzählt den Witz euren Freunden, euren Kollegen und teilt ihn auf eurer Facebookseite. Wenn ihr ein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche wieder dabei. Beim nächsten Montagswitz. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald. Danke. Das war's die Sache. Zuschauer sind richtig gut. Wicken irgendwie weiter Cocktail inです